Hallo Hertha-Fans und herzlich willkommen vom Landwehrkanal in Kreuzberg. Wir stehen hier an einer anderen Ecke von Berlin. Wir haben uns gedacht, wir haben einen kleinen Szenewechsel. Neben mir darf ich ganz herzlich begrüßen Arne Meier. Arne, herzlich willkommen. Kannst du uns direkt mal sagen, warum du denn eigentlich heute hier stehst mit uns? Ja, natürlich. Ich habe meinen Vertrag bei Hertha WC unterschrieben. Das freut uns natürlich sehr zu hören. Es war ja lange im Gespräch. Also die Vertragsverhandlungen gingen jetzt ein Weilchen. Da wurde schon viel darüber berichtet. Kannst du uns so ein bisschen erzählen, wann das alles angefangen hat? Ja, natürlich. Es hat angefangen vor dem Leipzig-Spiel. Da habe ich die erste Nachricht bekommen, dass Hertha mit mir verlängern möchte. Und dann hat sich das ja jetzt bis über Monate gezogen, bis es natürlich endlich fest war, dass ich verlängere bei Hertha. Und ja, ich bin froh, dass ich jetzt bei Hertha verlängert habe. Das freut uns natürlich auch sehr zu hören. Wie lange oder beziehungsweise wie sehr bist du in so eine Entscheidung auch involviert? Also du bist natürlich derjenige, der im Endeffekt seine Unterschrift druntersetzt. Aber wie bist du in den Verhandlungen da mit dabei? Ja, in den Verhandlungen persönlich war ich jetzt nicht dabei. Das hat mein Berater gemacht. Aber mein Berater hat alles mit mir abgesprochen natürlich. Aber im Endeffekt entscheide ich, ob ich unterschreiben möchte oder nicht. Also ich kann ja auch sagen nein. Aber ich wollte natürlich für Hertha BSC Fußball spielen weiter. Mein Traum war es ja damals, im Olympiastadion Fußball zu spielen für Hertha. Ich meine, ich spiele jetzt seit elf Jahren bei den Vereinen. Und es ist so was, ja, es ist wirklich Wahnsinn. Und ich spiele sehr gerne bei dem Verein. Und es ist natürlich eine große Ehre. Ich meine, man hat, seitdem man klein ist, davon geträumt, mal im Olympiastadion zu spielen. Und ja, jetzt hat man es geschafft. Und ich bin froh, dass ich bei Hertha BSC bin. Hätte der kleine Ludwigsfelder Arne vor elf Jahren gedacht, dass das irgendwann mal möglich ist? Nee, ich denke, vor elf Jahren hätte ich das nicht gedacht. Aber jetzt bin ich einfach froh, dass es passiert ist. Genau, und jetzt ist es passiert. Deinen Profivertrag hast du ja schon seit letztem Jahr. Jetzt also nochmal die Verlängerung. Das ist ja auch ein Zeichen, dass es dir hier sehr gut geht. Und auch nochmal mit der Umstellung in den Profikaler. Wie ist das jetzt für dich? Was hat sich da entwickelt in dieser Zeit? Ja, ich finde, es hat sich in der Zeit sehr viel entwickelt. Also die Anerkennung in der Mannschaft generell ist alles anders geworden als am Anfang noch. Und ich denke, ich werde mich hier bei dem Verein noch sehr, sehr gut weiterentwickeln. Ja, du hast auch gerade dieses Jahr so richtig deinen Durchbruch, kann man ja schon sagen, eigentlich ein bisschen erlebt, dass du ja auch jetzt so viele Spiele gemacht hast. So ein bisschen verletzungsbedingt, da wird dich dann auch wirklich in den Kader eingespielt. Wie kommst du jetzt mit der Situation zurecht? Ja, ich war jetzt leider zwei Wochen, knapp zwei Wochen draußen wegen dem grippalen Infekt, wegen dem Virus. Aber jetzt möchte ich natürlich wieder angreifen. Und ja, ich bin einfach froh, wie es die letzten Monate gelaufen ist. Dass ich sehr viel spielen konnte. Und ich hoffe natürlich, dass der Trainer mir weitere Minuten schenkt. Das ist sicherlich eine Sache, auf die wir alle hoffen, dich dann mehr auf dem Platz zu sehen. Aber lass uns nicht nur über die Mannschaft sprechen oder auch über den Fußball, sondern auch hier ein bisschen über die Stadt, über deine Freunde, über die Familie hier. Was sind da die Gründe, die dich hauptbewegend dazu bewogen haben, hier auch nochmal in Berlin zu bleiben? Ja, natürlich hat mich erstmal dafür bewogen der Verein Hertha BC. Also ich meine, ich spiele ja für den Verein. Nein, aber natürlich auch meine Familie wohnt in der Nähe hier. Ich wohne zwar nicht in Berlin, aber im Umfeld. Also zehn Minuten, dann bist du in Berlin. Und meine ganzen Freunde wohnen auch in Berlin. Und es ist halt, wie gesagt, eine Heimat. Ich denke, wenn du seit 2007 für den Verein spielst, also elf Jahre jetzt schon, dann ist es schon wie dein eigenes Wohnzimmer. Also kann man schon so sagen. Genau. Wo fühlst du dich da am Wurzeln hier in Berlin? Gibt es da eine Ecke, die du besonders gerne hast? Nein, ich wohne ja in Westend. Also ich bin ja eigentlich jeden Tag auf dem Olympiagelände. Also auf dem Olympiagelände fühle ich mich schon sehr wohl. Also kann man wirklich sagen, dass das echt dein Wohnzimmer ist, das Olympiastadion sozusagen. Ja, das ist natürlich super. Genau, und mit Freunden, du hast es auch angesprochen, du bist natürlich bei Hertha jetzt auch schon so lange dabei. Auch in der U23 noch viele Freunde, die haben sich sicherlich auch alle für dich gefreut, richtig? Ja, natürlich. Die Freude ist groß, aber das heißt natürlich nicht jetzt, weil ich einen neuen Vertrag habe, dass ich aufhören soll, weiter gut Fußball zu spielen. Man muss natürlich immer weitermachen. Das stimmt natürlich auch. Da gibt es natürlich noch einiges, wo du dich entwickeln willst, sicherlich. Was sind da genauso die Elemente vielleicht auch von deinem Spiel oder von dir persönlich, an deiner Persönlichkeit selber, wo du dich noch so ein bisschen weiterentwickeln willst in den nächsten Jahren? Ja, in den nächsten Jahren will ich natürlich noch mehr an mir arbeiten. Das ist ja logisch. Und ich möchte natürlich persönlich auch noch wachsen, also mehr selbstbewusster werden auf dem Platz und neben dem Platz auch. Und ja, mein Kopfballspiel habe ich, glaube ich, überall angesprochen und defensives Zweikampfverhalten. Aber man kann sich persönlich überall verbessern, auch in den Sachen, wo man gut ist. Also ich denke, da habe ich noch Luft nach oben. Ja, ich denke, die Defensivarbeit, du hast ja auch einige Leute um dich herum, die dir natürlich auch gut helfen können. Also es sind ja auch so, gerade auf deiner Position, so auf der Sechserposition haben wir ja durchaus ein paar Spieler, von denen du auch noch viel lernst. Ja, natürlich. Ich meine, jetzt als Beispiel, Per, Vladi, Lusti, sind ja alles erfahrene Spieler. Ja, alles Veteranen, ne? Ja, natürlich, alles erfahrene Spieler. Und von denen kann man natürlich auch sehr viel lernen. Also es ist schon eine Hilfe für mich. Ja, genau. Und gerade Vladi, der hat ja jetzt in letzter Zeit auch mal wieder versucht, mit dem Tore schießen, aus der Distanz öfter mal abgezogen. Wie sieht es denn da bei dir aus? Wann denkst du, triffst du dein erstes Mal? Ja, also es ist natürlich was anderes als A-Junior und Bundesliga. Da hast du ja schon öfter getroffen. Ja, da habe ich schon öfter getroffen und eine Vorlage gegeben. Und ja, mein Ziel ist es jetzt natürlich in den nächsten Spielen auch mal eine Vorlage und ein Tor zu schießen. Was wäre dein Traumtor? Tribbelst du dich durch? Machst du da eine Passstafette mit den Kollegen? Ich hätte auch mit dem Tor gegen Leipzig leben können, wo ich weggerutscht bin, leider. Das war sehr ärgerlich. Aber ich bin mir sicher, da kommst du nochmal in so eine Momente rein. Und davon lernt man ja auch. Das ist ja auch noch ein Prozess. Du bist ja noch so ein junger Spieler, da hast du natürlich auch noch viel vor dir. Also das ist ja auch eine Sache, wo du immer noch dazulernst. Ja, natürlich. Ich stehe ja gerade erst mal am Anfang und man lernt immer wieder dazu. Von Jahr zu Jahr. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es nächstes Mal klappt. Ja, richtig. Genau, also jetzt hast du natürlich unterschrieben, hast du die Chance dazu, weitere Jahre für Hertha zu spielen. Wie wird denn jetzt eigentlich richtig gefeiert? Ja, gefeiert. Ich werde mich mit meiner Familie, mit meinen Freunden im engsten Kreis zusammensetzen und werden das ganz gemütlich mit einem schönen Abendessen feiern. Und gar nichts weiter groß für dich selber? Irgendeine kleine Anschaffung oder irgendwas, was dafür so ein bisschen steht? Keine Anschaffung. Also bleibst du ganz auf dem Boden. Das freut uns natürlich sehr zu hören. Arne, vielen lieben Dank. Wir gratulieren dir sehr herzlich zur Vertragsverlängerung. Wir freuen uns, dass du Berliner bleibst, dass du Hertha treu bleibst und wünschen dir alles Gute. Danke. Arne, danke dir. Das ist Berlin, das ist Hertha. Das ist Berlin, das ist Hertha Das ist Berlin, das ist Hertha